Wenn das Grundeinkommen eingeführt werden würde, weil es die Gesellschaft denken kann, dann verändert sich die ganze Welt. A type of freedom that most human beings have never experienced before. Auf alle Fälle ist das bedingungslose Grundeinkommen eine Machtumverteilung. In diesem Sinne ist es auch eine Weiterentwicklung der Demokratie auf das nächste Level. It probably carries with it a rather radical redefinition of work und mit Automation und Cybernation mit uns jetzt, wir werden wahrscheinlich das in unserer Gesellschaft auch machen. Die replacementen von Menschen mit Computern und Robots wird auf eine große Ebene gehen. Wenn du denkst, wenn wir nicht mehr Taxi-Drivers brauchen? Ich denke, es ist die Zukunft. Natürlich ist es finanzierbar. Wir all could go on perpetual vacation. This land was made for you and me As I was walking Now they try to stop me Ich denke, es ist die Zukunft. Vielen Dank.